Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft auf der PS3. Ich bin wieder euer Gerudo. Euer Shadow Mask. Und euer Micha Smelk. So, ach ich hab mein Tunnel jetzt so weit hoch. Ich mag die Tür nicht. Die war mir voll da. Tür! Ja, wo sind unsere Pullover-Tiere? Weißt doch ich nicht, ich hab sie nicht geklaut. Die hast du schon geklaut, die Sau und du. Ist ne gute Frage, wo sind die Viecher? Ja, mich hat sie geklaut. Genau. Ich habe nichts anderes zu tun gehabt, als die Dinger mitzunehmen und zu essen. War ja klar. War ja klar. So, das brauche ich erstmal tausende von Stöcken. Da hinten ist mein schönes flaches Feld. Ihr ist... Ähm... Ähm... Wie soll ich das machen? Soll ich die Bilder aufstellen oder... Ja, ich glaube besser aufstellen. Stellt sich. Ja, besser ist. Kann man sie von Weitem auch sehen. Richtig. Boah... Ja, weil ich gerade so... Weil ich gerade das Bild hier habe, werde ich mit Michas anfangen. Ich muss gucken, wie ich hier stehe. Da wo ich hin. Irgendwie so hintereinander oder? Mal gucken. Ja... Schau erstmal... Mach erstmal eins hin und dann kannst du immer noch gucken. Ja... ... Warte mal wie ich von einer... ...Ansicht her... Boah... Das ist schwer. Äh... Ich muss gucken aber, wie viel Blöck überhaupt... Heh heh heh... 3, 2, 3, 1, 2... So... Da kommen dieses kleine Gelände hin. Da nehme ich auch ein bisschen Licht Danke Bitte Schau einem Enderman immer in die Augen Immer Ach ja 39 Toll 39 was Gelder Gelder Ja ich will auch mal 30 Geld Achso 39 Ja ich verhör mich ständig das ist normal Eins Da haben wir echt ein Problem mit Holz gell In unserer Welt Probleme mit Holz Boah übel Obwohl wir eigentlich gleich einen Urwald in der Nähe haben aber Ja aber mit dem Urwald Holz will ja keiner arbeiten Ja Ich habe auch nie jemand gesehen der groß mit Dschungelholz gearbeitet hat Ja Eiche ist eigentlich mehr hier das gefragte Holz Ja Shadow in deiner Welt mit was für Holz arbeitest du gern Dschungelholz Dschungelholz Echt jetzt Warum Weil es leicht zu holen ist Toll Frage ist gefällt es dir auch von der Farbe Ja Schreibt es mal in die Kommentare was mögt ihr Welches Holz Ja ich weiß auf dem PC gibt es mehrere Farben Da gibt es nochmal zwei Hölzer mehr Aber wir sprechen hier jetzt von den Konsolen Äh hier die Playstation 3 und die Piep Nee warte Die Piep 360 Ja da gibt es ja auch schon eine neue Ja aber ob es da Minecraft gibt Äh Keine Ahnung Shadow gibt es für die Playstation 4 schon Minecraft Nee Für die Piep One Hat der doch nicht Nee aber so allgemein Ja Würde mich mal interessieren Wie gesagt Schreibt es in die Kommentare Gibt es für die Piep One eigentlich auch schon Minecraft Hat dir das Wort gefehlt? Nee ich wollte eigentlich den Satz beenden Aber irgendwie Hast du es nicht auf die Reihe bekommen? Ja ich glaube auch nicht Na ja klar Was? Jo Hm? Ja Quatsch ich bin zu groß süß und nett Lump du Lump 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 Nee meine Lumpen sind eine Waschmaschine Er ist einfach ein Lump So da haben wir hier auch ein bisschen Licht Auf der E-Sichts-Plattform 2, 4, 5, 6, 7 Komm mal hierher Ich will wissen wie es aussieht Ha 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 Nö Oh Shadow Hier ist einer Geh mal zum Zum Gerudo Na toll das bringt mir viel Der will wissen Der will wissen wie es aussieht Schau dann auf deinen Monitor und guck dann wie es aussieht Scheiß raus fertig Ah ok perfekt Ja doch passt würde ich sagen Also jetzt weiß Was denn Ach nichts Ich find nur Ich find's nur doof Ähm du kannst zwar fucking auf Glasblöcke setzen Aber nicht an Glasblöcke Ja Glas ist Glas aber Klar Äh Wär cool Äh Äh Und somit haben wir das auch wieder in der Folge erledigt Ah man Genau Machst denn du Was macht wer Nichts Ich würde Glas kaputt Nein Er macht nichts Du würdest nie Glas kaputt machen Was Oh perfekt Es einfach passt Es hat einfach zu passen Na ja ich gerade so weiter Wir müssen uns noch was einfallen lassen was wir hier in die Mitte machen dann Was haben wir denn neu in unserer Welt Äh Lava aber such Platz von mir nicht Es gibt auch schön Licht als wenn du ein Treppenhaus hast und dann äh Hey warum komm ich da nicht hoch Da oben irgendwas ist Ha Wollt du halt mal hingucken Das sag ich dir so Ha Da ist ja was ne Weg damit Weg damit Weg damit Weg mit dem Dreck Jetzt hat er es auch Jetzt fängt aber damit an Natürlich Zu Ich bin oben Fünfmal Einmal Drei Drei Gottes Sperma War das so geil Scheiße Was für Ding bitte Hallo Ja Er wieder Hä Auf was für Drogen seid ihr schon wieder Was heißt ihr Er hat das gesagt Nicht ich Wundersamerweise auf keiner Wundersamerweise Der war schlecht Der war Der war Deswegen hat auch keiner von euch gelacht Ne Ja Oh man Na oh man So Zweiter Stock So So Das hab ich ja Ah sorry Damit hab ich keine Birke dabei Ah Das hab ich ja schon fertig hier Z-Fix So Z-Fix Z-Fix Blättel 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 Oh man Das ist so Anstrengend Bauen Oder was meinst du Ja Verdammt Wird jetzt hier Schichtweise Aufgebaut So Öde Schichtweise Ja Reihe Oh Ich seh ihn schon ganz leicht Was Krass Achso Du machst ja hochkant Gell Naja Da stellst du Man kann es dann von uns aus Glaub ich Opa Drehst du in die Richtung So dass es zu uns In die Häuser guckt Oder Ich kann hinten auch ein bisschen Was schweben sehen Ich kann es nicht erkennen Ja Kommt ja irgendwann ein Update Dass wir weiter schauen können Naja das wäre auch nicht schlecht Ja ne ich tu das jetzt hier so Weil ich jetzt hier Fläche gemacht hab Dass es hier jetzt Von der Fläche her Ja aber in welche Richtung Schaut das Bild nachher Schaut es in unsere Richtung Da wo unsere Holzhütte steht Oder wo schaut es hin Richtung Neues Haus Also Da eigentlich in Richtung Neues Haus Also irgendwie dazwischen Zwischen Neuen Haus Und anderes Haus Aber schon Richtung Neuem Haus Da Na dann Das ist eigentlich relativ wurscht Das kann man ja dann Später dann Immer noch drehen Immer noch drehen Ja nicht drehen Ja wir drehen es mal Ja ich drehe euch gleich Na also Ich find's gerne Wenn wir mal so ein Haus drehen sollten Ja bauen wir auf Schienen Oder was Oh das Haus steht nicht nach Feng Shui Drehen wir es um 3 Grad Geht vor in diese Richtung Ja ja machbar Ach scheiße wir müssen es nochmal drehen Das Thermometer hat gesponnen Ja genau Oh Gott Jetzt Äh drei Fenster hoch Alles klar Boah wenn ich da runter falle Bin ich definitiv bald tot Bald Bald Naja Er ist optimistisch Ja Ein zweimal halte ich aus Leiste Fenster Fenster Leiste Na gut Wie weit habe ich das jetzt schon fertig Ja Hier da habe ich den Block so Da habe ich bis da Ah ich muss drauf achten Ich regeneriere mich ja nur noch bedingt 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 Da wir Gegner haben und zwangsläufig irgendwann Hunger haben Ist es doof wenn ich ständig runter falle Ja allerdings Weil irgendwann höre ich auf mich zu regenerieren Und äh ja Doof ne Acht 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 Nummer Acht Nummer Acht Ja Wo war das Simpsons glaube ich Ja Wie heißt der Knapp hoch rechts Nummer Acht Oh ja Ja das ist ja die Schauspielerin Also die Originalsprecherin von der Krabappel verstorben Oh echt Ja deswegen hast du die jetzt auch aus der Serie genommen Ja Ja Ich bin letztens irgendwann gelesen Die Tage Ja ich kann lesen Du kannst lesen Ja Ne wusste ich nicht War mir auch neu Seit einer Weile schon Ich schaue aus der Schule Ha Ha Er hat ihm das beigebracht Ich wundert's dass er aus der Schule schon draußen ist Ja Wundert Wundert andere Leute auch immer Mich nicht Zu Blonk Wer ist neidlich Nacht Sollte ich mir hier so eine Lebenshilfe bauen Lebenshilfe Kannst du nicht mehr selber atmen Ne auf der einen Seite Komplett so Zwei Schichten mit Wasser Aha Runterfall Oder damit ich runterkomme Dann ins Wasser hüpfen Weißt Ja 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 Ich mir erinnere an einmal Wasser Wobei Nö Oh Creeper Dann baue ich mir halt ein Okay Ja mach doch Wir haben uns sonst nichts weisseres zu tun ne Nicht Da hinten hab ich ne Spinne gesehen Übrigens Spinne Spin spinn Bei dir die Bei dir du Oh ein Ocelot Ocelot Oh und du hast wieder kein Fisch dabei Braun oder wir haben doch schon zwei Ocelot Drei Drei Ah Zähl mal so ne Spinne Zähl mal so ne Spinne Wie soll ich das machen Ich will ne Tarantel Ich will ne Haustarantel haben Ne Zeide oder was Ja Hi du bist bei mir hier Da ist ne Spinne Und ein Skelett hier Mach das Skelett hier Töte es Seid es beide da drüben oder wie Ja Hallo Toll mein Schwert ist eben kaputt gegangen Der musste für ewig lang drauf haben Weißt du das Nehmen Spaten oder so Oder ne Axt Na ich hab ja noch ne Axt Mach so wie Opa früher Immer schön mit dem Spaten drauf Immer schön mit der Axt Nei So Leute Erkennt ihr das schon Ja also ich erkenne es Naja Nicht so wirklich aber Yo Du das wird ja auch extrem groß Wenn es fertig ist Wirst du es erkennen Ok Definitiv Ah Definitiv De Wäre wahrscheinlich nicht etwas Was ich schon weiß Aber ist ja egal Ja aber du weißt ja nicht Wie es aussieht Was ich da gewerkelt habe Stimmt Die Zeit in Anspruch nehmen So Kein Thema Solang es gut aussieht Ne kein Thema Das Let's Play ist ja Vorerst mal unbegrenzt Ja solang kein großes Update rauskommt Ja wir haben zumindest auch nicht so schnell vor Dieses Let's Play hier zu beenden Eigentlich Außer gerudert natürlich kein Bock mehr Und geht Dann müssen wir natürlich alles abbrechen Und wir werden nie wieder ein Let's Play machen Und Ok ich geh Ah tschüss Wir werden dich nicht vermissen Ja alles klar Machen wir selber weiter Machen wir uns selbstständig oder Können wir doch gar nicht Ha Denkst du Ja das haben wir schon Oft gemacht hier Gern Micha So ist es Wir können das auch Ach Pamela papp Und ein Zombie Wo denn Ich bin schon wieder weg Brauchst Hilfe Ja Ok ich komme rum Zwei Skilette Da hinten sind zwei Skilette Eins ist im Wasser Eins ist da hinten Und ein Zombie Boah weh hier kommt ein Creeper hinter mir Ja ich gucke erst mal nach dem Zombie Tür grad Hier Dingens verlegen Parkett Parkett Ja Kein Laminat Ja ich könnte ja mal einen Boden machen Und überall dann Druckplatten drauf machen Dann habe ich Laminatboden Ja Hilfe hier Das andere Skilette Ja ich komme rum Boden aus Druckplatten Ne Habe ich Laminat verlegt Mann und ich will Wasser sammeln Hier Oh hinter deiner Wand ist ein Creeper Was Du Fortzkopf Was Mach ihn kaputt Nicht du Fortzkopf Creeper fortzkopf Was Genau Wie der sich aufplattern kann Aufplattern Mach bloß nicht mal ihr Watt kaputt Dann flipp ich auch raus geh Flipsch ust ne Pass auf ich sehe ja dass du da grad ne Dingens hast Hast du eigentlich Stein Ne ich hab äh Ja also Pflasterstein Ja gib mir mal ein paar Dass ich mir ein Schwert zimmern kann Zimmern Ja ich brauch trotzdem äh Geschwind Ja Schön Hast du auch Stöcke Ja hab ich alles da Ne Werkbank Ja die steht da Sicher Ja das ist ne Werkbank Ich hab das ne Truhe ist Eine von den 21 Nein die hab ich alle dabei Alle 21 Nein So Tyronimo Ich komme Tyronimo Tyronimo Der ist auch dabei Ja Scheinbar Der spielt auch mit Ey ich hab den Boden bald verlegt Fürs zweite Geschoss Kann ich mal fragen Warum du Wasser dahin leerst Ja ich hab's doch vorhin gesagt Das ist meine Notfallausweg Hilfe Weil ich ja da oben baue Und damit ich ja Achso Der runter will hier nicht tausendmal hier ähm Mit Dreck arbeiten muss Ah das ist schon wie ein Creeper Hilfe Ja ich hab grad das Skelett gelegt Warte ich komm Ja der verfolgt mich grad die Drecksau Die hässlich Hau bloß ab du hässliches fuckviech du Ja warte ich komm Jetzt aber Das haben wir schon geschafft Unser Niveau wieder ein bisschen anzuheben Und jetzt kommst du mit solchen Begrifflichkeiten Weg von meiner Wand Du sauvie- Naaa Boah hast du den weggewechseln Ja du Creeper Drecksvieh du essl Ja Toll Let the Creeper out Boom 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 Genau Ein Pfeil im Boden Ja ich hab's gesehen So jetzt geht die Sonne ja auf Dann kann ich dich jetzt wieder in Ruhe lassen Ah Lass mich in Ruhe Hm Toller Dank Ja echt ey Ach ja War echt ey Toll Ich weiß nicht wo ich war Ach da war ich Da war ich Gut Ja wieder hoch Das ist gar nicht Dass die Fläche so groß ist So viel Holz Echt Übel Ja Hast du gesehen wie groß mein Bild hier wird Wie breit Äh Relativ ne Ja toll Danke Ja ich bin hier grad groß am Boden verlegen Deswegen ich kann da nicht so viel Kannst du das? Du hast da nicht einen Bodenleger kommen lassen Ne ne Ich mach das in Heimarbeit Ja das kriege ich hin Heimheimarbeit Heimheimarbeit oder was? Heimheimarbeit genau Wir müssen dann aber auch eine professionelle Brücke rüber bauen oder? Wohin? Da Anstatt dieses Erdding da Das kommt weg Wobei das ja eigentlich nur zu dem äh Mietzelberg ist Ja deswegen würde ich dann eine professionelle Brücke mal irgendwie drüber bauen Können wir machen ja Aber äh Hä? Machst du jetzt mal nützlich und holst uns mal Pullover Tiere Ja bis jetzt haben wir noch kein einziges gefunden Ja weil du sie alle entkommen hast lassen Ich wieder Ja du immer Irgendwann muss der Depp sein ne? Der Micha ist immer der Depp Weil es ist ja Micha Genau Mitch Als wäre Shadow irgendwie besser Ja immer Zudem hast du die Viecher entkommen lassen Weil du hast die alle umgelegt hier Hä? Umgelegt Haha Ja deswegen sind sie auch noch mehr da Hohoho Ja Zehne hinten schweben Brauch ich hier noch nen kleinen Balkon rein Zudem Zudem So Guck mal Ja stimmt Da raus Ist die? Raus? Raus Nur die verbauern Verbau dich Nääääää Mich erspilt Ich glaub dann schlägt er dich Bähäh Oh pfff Geht da gar nicht hin Nein ich hau zurück Ich muss auch fressen sonst verhungere ich hier oben auf dem Berg Du bist auch nur umfressen Fresssack Bruder doch recht Fett bist Pfff Ja das hackt eh Guck da ist auch schon mal was explodiert Huh Aber wie gut Ja aber warum schwebt da ein Erdkleutze wieder Oh Warum hast du ne Maske auf? Warum legt da Heu? Hehehe Chuck Nollis weiß warum da Heu liegt Kennst du das nicht oder? Was? Du kennst Ja genau deswegen hast du ja gesagt warum hast du ne Maske auf Warum legt da Heu? Das ist der dämlichste Schwuch alle die es kennen Wir werden es jetzt nicht kommentieren was es jetzt ist Aber man kennt Zeig's dir nachher Ich hab's schon mitgekriegt Ich hab's mir nur nie angeguckt Achso Du kriegst nie was mit eh Das sowieso nicht Aber hier oben kann mir wenigstens kein Viech was anhaben hier auf der Mauer Bling Auf der Lauer Ich wollt grad anfangen Lick der kleine Shadow Genau 3 4 5 Ja Funden ist ja auch bis 8 gekommen Wo bis 8? Naja ich weiß nicht wie weit er wirklich kommt Wie weit geht es wie weit Wie weit kommst du wie weit Wie weit Wie weit kannst du zählen? Wie weit kannst du zählen? Schnauze Was denn? Gehst du mir auf den Sack? Das glaub ich nicht Das glaub ich auch schon Aber ganz gewaltig Hast du denn sowas? Mein lieber Scholle Scholliberger Du kennst dich doch da aus Lieber Scholli meinsch Lieber Scholli Mit was soll ich mich eigentlich auskennen? Ja Sieht doch nicht mit was er sich auskennen soll Da schönes gepaschen Willst du da hin oder willst du da hin? Äh da Da? Ja Äh Es ist Klar ne? Los Ach er hat sich grad zufällig verschrieben ne? Das war rein zufällig Jaja Schreibt da einfach bloß so hin Ich Erinnert sich ja eh noch Ich Es ist immer so Es war auch wo ich noch in der Berufsschule war Äh Jaja Schreibt da euren Namen obendrauf Ich Ich kann gar kein E machen Äh? Geht doch nicht Äh Schultertasten? Nein geht nicht Kein E Weiter Das ist das Problem Das ist das grundlegende Problem von Minecraft Der P ist für Klassenkünderburg 6 7 8 9 Dein Micha Was ist denn? Ich brauche Pullover, Tiere, ich brauche Wolle Dann kauf dir Pullover, Tiere und Wolle Nein wir haben den Micha der macht das alleine Der hat sie entkommen lassen Bin ich wieder schuld Ey das ist dein Server ja? Richtig wo sind die Tiere? Aktivier mal Tiere vielleicht hast du ja deaktiviert Ah Ist klar Bubi, ist klar Häh? Bubileinchen Ui boi Bubi Bup Oh man Und ob es für einen Mann reicht, ich weiß ja nicht Hey, 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 hey Hab ich auch noch mit Spracherecht? Nö Nein Nicht du Du nicht, du niemals So Ihr kostet mich noch mein letztes Hemd Geht, nein lass es an Stehst doch drauf Ach nö du Liebt's euch Schon wieder Schon wieder? Äh, Micha Was denn? Du bist bestimmt in der Nähe, richtig? Nein Doch Ganz weit weg Kannst du mir mal Pflastersteine mitbringen? Die werden garantiert nicht reichen Ganz normale Pflastersteine, ja Ja, wenn ich schon keine Wolle hab, dann muss ich erstmal vorbauen mit Pflastersteinen, das kann ich ja dann spüren Zwei Minuten Zwei Ich geh noch, soweit noch genug, ich hab noch übern Stack Aber trotzdem, da werden noch einige verbraucht Dreck, hab ich noch soweit genug Stacks? Ja, das reicht noch Erstmal Neun Ja, Leute, nicht wundern was ich hier mache, ich tu Wunder Ich hab schon mal vorgebaut, also vorgebastelt an meinem PC Was machst du denn die ganze Zeit? Klick, 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 klick Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu Merkst Merkst Ne, ich hab vorgezeichnet sozusagen, was ich hier machen will, werde Und ihr werdet auf jeden Fall das fertige Kunstwerk denn sehen, wenn es soweit ist, das dauert noch ein bisschen Glaub ich dir Würde vielleicht noch ein paar dauern Einen? War Micha, ja Einer reicht Ähm, aber Micha will ja Ne, Gerudo will ja schlafen, der ist ja müde, die arme Sau Oh Ja, er will uns den Spaß verderben, dass es ihm wieder ein bisschen länger dauert, dass ich dann hier speichern muss Ha 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 Gut, bis zum Wochenende haben wir noch ein paar Tage, das heißt, bis dahin ist er ausgeschlafen Und dann bis dahin sind wahrscheinlich auch schon einige Folgen hochgeladen Ähm Äh Äh Ja Ähm Andere Frage Du willst eine Frage stellen? Ja, was wolltest du? Pflasterstein Welcher Pflasterstein? Ist dir eigentlich schon mal bewusst geworden, dass wir gar keinen haben? Weiß, deswegen frage ich dich ja, dass du welchen holst Dann brauche ich länger als 2 Minuten Ich hab für die, ich hab für die letzten 2 Ich fand nicht mal 2 Stacks da drin, gell? Nicht mal 2 Stacks Ja, ist ja ok, ja Chill mal Alter Ganz ruhig Heißt du nicht was Gerudo da drin? Ganz ruhig Bruder Ich bin nicht dein Bruder du kleiner grüner Fickfrosch Hahahaha Der Film ist so geil, die Serie vor allem Hey, ich hab Metall entdeckt Oh cool Ich bin auf der Suche nach Steinen und was finde ich Metall? So ein Dreck Na, lassen wir da liegen Hahahaha Braucht kein Mensch Scheiß Metall da Ja Heutzutage noch Metall, Metall ist am aussterben Ja, echt hey Mal Alu Alu, ja Ah, Holz ist viel besser Naja Achte Achte? Na, klappt glaub ich nicht Na, ich glaub das schon ein bisschen überachte Ist eigentlich von der Zeit wieder aus? Na, wir haben noch ne Minute He, ah Ich hab ein Zeitgefühl heute, alter Ach Du hast gar kein Gefühl Ja, ich weiß, doch ein Zeitgefühl Das ist was anderes Ich hab wieder Metall entdeckt Ich hab ne Kuh gehört Tja, ich bin wahrscheinlich unter Was? Boah scheiße, wie viel ist denn das? Alter Eins, zwei, drei, vier Boah scheiße Verzählt Oh ja, klar Oh nein Fünfzehn Was? Warte Warte Sagen, mir fällt jetzt erst gerade die Musik auf Von Minecraft Stimmt Mir klimpert's grad wieder so ins Ohr Ja Ja Michael, ich weiß ja nicht, ob man schon von der Seite ein bisschen was von meinem Mehl sieht Weiß ich nicht, ich bin unterirdisch und buddeln mich grad Sozusagen zu dir und bring dir jede Menge Stein mit Cool Ja Das Level ist irgendwann so untergraben Jaja Wenn's da wirklich Physik geben würde, das wäre glaube ich erst mal ein paar Kilometer einsacken Ja Ja, plötzlich verwandelt sich die Erde alles in Sand und dann Richtig Auf das warte ich irgendwann, dass, dass es mal die Schwerkraft einschaltet Oder einschalten kannst Ah, das wär mies Du startest die Karte und es fällt erstmal 10.000 Blöcke runter Wird wahrscheinlich erstmal Sterben Also bei einigen Leuten wird wahrscheinlich eine richtige Katastrophe stattfinden Zum Beispiel hier Bei deinem, ja Unsere Holzhütte wird wahrscheinlich überleben Ah, ich glaub da hast du nicht genug Sollen drin Ja, aber Ach Ich glaub die wird zusammenbrechen, genau so wie das hier Deine Seite in der Mitte, total zusammenknicken Hey, ich hab ne Säule von oben nach unten, ja Ist zwar ne Glassäule, aber Na gut, das wird sowieso erstmal untergehen, weil unter den Säulen nix ist So ist es Glassäule zusammenreißen Ja Hörsch bloß noch Kluck 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 Was zum Geier Das schepperts eigentlich nur noch Mehr werd ich da gar nicht von hören Was los Micha? Ja, ich bin noch unterwegs bei dir Zu dir Was hast du denn gesagt? Ach, äh, was zum Geier da Nein, weil wegen dem, dem, äh, wenn dann der ganze Glasboden auseinanderbricht Hallo? Ja, hallo So würde ich mal anstupsen Ne, ich bin schon noch da, ich zähl grad mal Auf mit der Stupserei jetzt, ja Stupse aber so gern, Leute Wir machen hier professionelles, naja Hä? Ja, ich wollt grad sagen, wir machen ja professionelles Let's Play Aber das hat, scharf der ersten Folge in der Megolde Ne Naja, seit wir Gerudel ins Boot geholt haben Stimmt, bei uns hat's damals funktioniert hier mit, mit GamePro und... Was glaubt's überhaupt als professionell, ja? Haha, der war gut, den muss ich mir aufschreiben Du und Professionell, seit wann das denn? Schon immer Oh Gott Micha, der ist echt ein Komiker, ey Ich weiß, sag ich doch, seit dem läuft's Wir müssen doch unseren Vertrag nehmen Ich glaub, der nennt man natürlich Korax, oder, oder, äh, Gerudel Ich bin der Joker Ich bin Batman Nein, 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 ich bin Batman Ich bin Batman Hä? Ja, ja, Catwoman, ne? Ich bin Batgirl Alles klar, Catwoman Oh, okay Was hab ich mir da nur ausgedacht? Batman, Batman Whatcha gonna do Whatcha gonna do Whatcha gonna do, when he comes for you Oh, shit Oh, nein Achja Warum? Ich will's nicht Ich will's nicht mehr Ja Michael ist immer wieder, wenn ich mit Freunden weg bin Du hast Freunde? Ja, tatsächlich Das heißt, komm, trink mal was Nein, du trinkst nichts Heißt es mir prinzipiell Ich weiß nicht warum Meine Freunde wollen mich alle nicht betrunken erleben Du hast Freunde? Ja, überraschenderweise, ne? Die waren die Evaginäre Nein, echte, echte Was, echte? Nein Ich kann es selber nicht glauben, aber doch Manchmal geben sie tatsächlich Menschen mit mir ab Oh Gott, die armen Ich kann es auch nicht verstehen, aber es ist doch wirklich so Menschen, die sich das echt antun Und anscheinend zu gefallen, die kommen immer wieder, ne? Die armen Menschen Bestimmt deine Seelsorger, oder keine Ahnung, deine Bewährung Ne, die sind nicht weiß gekleidet Oder Bewährungshelfer, oder was weiß ich, was du da für Ne, die Polizei hat mich auch noch nie erwischt Freunde da bezeichnen kannst hier so, ne? Dein Freund und Helfer, ne? Ja Ja Noch so ein Eck Ich wundere mich grad, warum kann ich da nicht weiterlaufen? Äh, weiß ich doch nicht Jo Doch, ich hab noch Fucken dabei Ben Es wird langsam hoch hier und mir gehen langsam die Pflastersteine aus Ja, ich bin grad an der Rüttelloft Huch, kurz vor dir Das wird etwas gewaltig Oh, krass Was? Ach, ich seh grad auf dem Michasnakes einen Bildschirm So auf seine, äh, Hälfte Das kann ich auch bald ändern Ja Bald hab ich's geschafft Bald bist du alleine Ja Bald steh ich auf eigenen Füßen, dann brauch ich dich nicht mehr Naja, fast Shadow, wie's euch da hochkommt Warte Äh, äh, keine Ahnung Kein Aufzug Zieh einfach einen Dreckhügel hoch Grab mich hoch Grab dich hoch, ist bloß Erd, ey Enderman Warte, den muss ich Schmidt fertig machen, bevor ich hier weitermach Die Enderperle Es ist aber erst noch was Ich hab nichts mehr Doch, rottet das Fleisch So, so fertig Acht, neun, zehn, elf, zehn Hä? Wo? Ich hab schon Andy Ich hab schon Andy Jawoll, und? An alle Andy's da draußen An alle Andy's da draußen Ist nicht so gemeint So ist es Der will nur spielen Na, der hat nichts abgegeben Boah, voll der Egomane Ja, allerdings Micha, ähm, stapel dich mal mit Dreck hoch Welcher Dreck? Du hast keinen Dreck Du hast keinen Dreck? Nein, mein Inventar ist voll Toll, ja Warte, ich nehm Dinge ins hier Beziehung Du gräbst dich nicht hoch Hi Hi Hoi Ihhh, der hat Lippenstift Der hat Lippenstift, genau Kennst du auch schon die Lippen? Lippenstift Lippen, genau So So, wir haben ein Licht Danke In der Baracke Bitteschön Also, soll ich nicht verzählen? Ist doch nicht doof Ich dachte du kannst zählen Ich glaub wir sind schon wieder weit über der Zeit, ne? 37 Joooo 16, 16 am Arztag glaub ich Und? Nee, 16 ist drüber raus 16, ja 16 2 Greenpeace Sei froh, dass du da oben bist, da unten laufen 2 Greenpeace Greenpeace? Greenpeace 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 Alter, was ist hier alles versammelt? Ja, Greenpeace Peter, Greenpeace Ja Komm, machen wir noch ne Folge, ich will das hier noch weiter kriegen Ja, gut Hilf's jetzt nicht Ja Es muss, es muss, ne? Komm mal auf, ey So spät ist es ja noch nicht, mach keinen Scheiß, ey Die Leute Ja, ich bin ja bloß seit 17 Stunden wach momentan Ja und ich auch Ja, ich hab gearbeitet, ja? Ja und ich auch Ja, du warst anwesend, ich weiß Micha, du arbeitest nie Ja, ich weiß Du bist anwesend Ja, 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 ähm Machen wir Pause Ah, jetzt auf einmal Ja, wir müssen jetzt eh einen Break hier machen, weil wir sind schon wieder über der Zeit Sind immer über der Zeit Gut, alles klar, bis zur nächsten Folge Jo, ciao Leute Ciao Euer Wilchersnake Ja, euer Gerudo Ja, euer Gerudo Schöne Maas, ciao Ja, euer Gerudo